So, hier funktioniert der ganze Scheiß hier auch mal Hoffe ich zumindest jetzt muss der Stream hier was anzeigen hier Alles klar, war jetzt, da kommt noch doch Also, war's Schau, es ist der Wur XBOX 1S ab 299 Euro Ich weiß nicht, dass die Audio-Teil eigentlich funktioniert, bzw. die scheiß Tonspur von meinem Mikrofon. Meine Fresse, war das Anstand gerade. Scheiße. Nee. Egal. Ich weiß nicht, dass es ein Moment ist. So, da bin ich wieder. Alles klar. Okay, da muss ich den Lotto mal rüber. Sind Sie sicher, dass jemand anders hier für nicht besser geeignet wäre? Wofür gar nicht wäre? Voll von Garn. Ich brauch scheiß Munition. Ich will nur ein bisschen handeln. Ja, Handeln hast du. Ja, Munition. Was ist das denn? Stecheaufzug im... Ja, damit. Klar, ich lasse dich alles stehen und liegen. War nur ein Scherz. Lass mich in Ruhe. Ja, dann geh Penn. Vibe. In Riege. Geschafft. Oh, das ist toll. Egal. Ich fahre mich erst mit den Häusern. Vielleicht gibt es ja überall noch einen Bosch am Morgen. Jetzt habe ich aber... Die beiden sind die gleichen Waffen, oder? Also, ich probiere jetzt nur die 3 und die 4. Momentan, das war für Scharfschütze. Einfach mal eine Puffe nachladen. Oh, ist das schlecht. Ähm. Puh? Was ist das? Oh, das war die... Oh, das war die... ...Monotor, Flanken, wozu noch eine Spülte Granate. ...Info-Gewehr ist auch 38. Ach, 38, oder? Ach, 38, oder? Ach, 38. Ach, 38. Ach, warum... Oh, die scheiß gleiche Mumie, Alter. Das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, ob ich das und das... Alles klar. Nächstes Haus. Vielleicht finde ich hier noch Muschimitionen. Der Altenzeit. Oh... Ah? Oh, da gibt es ja so viele G... Nix... was ist das? Das ist ein Radio. Das sieht jetzt ein bisschen wie das Haus aus, wo wir drin gewohnt haben. Das ist das Haus. Das ist das Haus, wo wir drin gewohnt haben. Hey, wo bin ich? Ja, Mann, das ist das scheiß Haus. Ich komme, Kumpel. Oh yeah. Gute Finger hier. Warum denn so viele rote Kleider, Alter? Ich brauche Munition. Keine Runde Kleider. Boah, hier ist ein Kaffee. Verdammt, haben wir noch keinen Kaffee gemacht? Egal, ich kann ja immer noch eine Pause machen, um einen Kaffee zu sehen. Oh, hat gar... Wie ist das so was? Huch. Oh, Gott. Eine bläääää Flasche Unenough Micro Squab Da kommt der schon gar nicht mehr klar so wirklich Eberich nicht mehr witz auf das Spiel Eh Ein Tresor Äh Wie schön Ja Geil Die 10er Dinge zwar habe ich doch auch oder muss gleich mal gucken Muss ich mir dann auch noch auf die Slots legen Sir Mein Kondensator hat einen Kanister mit Wasser für Sie zubereitet Ach ist das so Hey Sir Ich habe den Waffen 10 Meter Pistole Die kann ich mal Kuhn und Sarko und die dann 3, 4, und die dann da hin 4 Schärschützen und 5 Dachshund in den Alles klar! Ein Beshmuniyama! So, wo muss ich hin? Ich muss in die Richtung, auf gehts! Aber, sollte ich vielleicht doch gleich erstmal kurz in mein Haus zurück? Sachen abliefern? Sollte ich nicht mit einem vollen Tank hier bzw. mit voller Ladung losgehe Geht gar nicht Lass mich durch! Was war das? Zieh mal, geh mal! So lass mich mal da durch! Sollte ich? Jetzt habe ich ja ein bisschen Mumpeln Ja, du warst ganz glaube ich nicht, oder? So, wo ist denn hier mal ne schöne... Boah! Ding ist da! Muss ich gut da rein, oder? Dann ist es! Nimm's Marsi nicht übel! Sie verarbeitet den Verlust auf... So... So... Dumm... 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 Diverse... Sei es weckt da... H-Klammern natürlich nicht... Also du meinst, dass es die Verses... Hä? Nein! Ey! Tappappisch! Schrotz! Das war die, was wir haben! Jo! Oh, das wird trotzdem voll schwer! Meine Mods! Meine Mumpeln! Mein Eventurie! Was ist das? Was macht das? Was macht das? TP! Okay... Meine Weapons... Weg! So... Alles klar, auf geht's! Ich muss in die Richtung... Ein weiterer Tag im Commonwealth Hm... Ich muss plötzlich in die Richtung... Was war das? Äh... Geerntet... Strahlung, Sir! Klasse! Wie hieß das nochmal? Reder... R-R-R-R-R-R-R... Oder Reder... Wo wir mal wissen... Was von... Kann man das herstellen? Dieses Radawai? Eigentlich nicht... Aber... Sie können das wahrscheinlich noch nicht... Geht doch jetzt raus da! Hä? Hä? Wirklich! Okay Egal, lasse ich erst mal ne Weitermachen Und HBTP ist doch schon scheiße Weißt du was ich mache? Schon mal die Powerrüstung Oh, das ist doch schon Oh, das ist doch schon Oh, das ist doch schon Wo war denn das hier meine Schallstadt? Die Zone hier war ich Da Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind Deine Energie Hinein in die Power Rüstung Gehe Da so Ich bin in die Richtung und weiter geht's. Ich bin in die Richtung. 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 Zum Beispiel jetzt kannst du richtig einsteigen und du hättest sofort flüssig hin Zehnt sich an, erfordert Ausdauer 1 Intelligence Erst diesmal wohl Der kleinere Weg zum nächstgelegenen Kiste wird in Wurz angezeigt Int Ich muss mich unten mischen, was skillen, oder? Ist das hier Arz? Arz! Intelligenz 2 Alles klar, das ist level für mich Eins dieser Häuser eignet sich bestimmt als Schlafplatz Halt, eure Ressung Ich hätte mehr tun sollen Hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten Lassen Sie erst krachen, Sir Aber dazu noch Karte Nur mal kurz Nein, voran Vielleicht finde ich da ja noch was Aber dazu Ich brauche die Autoskopung im Kopf und so Ich brauche der Raze Das hier Das hier Okay Ich brauche der Raze Das ist gut 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 Ich bin allein Was ist denn mit deinem Vertrag hier? Da war es. Antisburg. Ne. Ach, es geht oben. Das Schloss kriege ich nicht auf. Ach, Schwächlein. Ach, von Berlin hätte ich auch verkaufen können, doch, Mann. Ich hätte mir schon Geld gemacht, hätte ich bestimmt gerade weiß, was ich kaufen könnte, ey. Okay. Was? Was soll ich los? Ja, genau. Ich setze mich neben den Leichen, ey. So sehe ich aus. So, wo war das, wo ich von drauf geguckt habe? Das Gebäude hier. Da vorne rein. Alles haben will. Hümpel. Alles gebrauchen für später. Eventuell. Zumindest. Aus dem Weg. Alles meins. Alles meins. Hallo. Hallo. Ich würde sagen, das ist doch keine Leiche, das ist eine Puppe. Psycho. Das ist nicht das Dach, was ich vorhin gesehen habe. Von da aus. Da muss ich hin. Das ist Richtung... Osten irgendwo. Jetzt kriegt ja die Puppe überall hin. Sind Sie sicher, dass jemand anders hierfür nicht besser geeignet wird? Nee. Raider. Ja. Das war das Gebäude, wo ich die Dings hatte. Komm ich da wo noch rein? Oh. Ich bin ja alles green. Mit dir rohschend alles weg. Ich hab's noch eingepackt, hör mal! Doch, den Müll bestimmt nicht mitnehmen, oder? Nein, ich hoffe es war wohl noch eingepackt, hör mal! Hey, du! Oh, ich sollte die Munition nicht so verschwenden! ... ... ... Was mehr? Ja genau! Oh, so wie auch schon alles raus! Ja genau! Ja genau! Überall ist schon alles raus! Ja! Ja! Was macht das jetzt? Okay! Okay! Und wo? Eva! Ah! Meine Zukunft wäre Treffer 2 Treffer 1 Das wäre das Das wäre das Das S oder das Ähm Das wäre es! Oh! Ach! 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 Das wäre das richtig! Sicherheits Rügel Ja! 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 zurück gehen Ich bin gerade dabei. Oh, schon rausgenommen alles. Ey, das ist doch nicht wahr. Das ist doch einfach nicht wahr, ey. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, das ist doch nicht wahr. Oh, das ist doch nicht wahr. Scheiße. Ups. Hat das Ding immer noch was? Todeskroll, ey. Oh, keine Ahnung, ey. Ja, einfach so wirst du hin. Ohne Radarweil. Gucken, ob ich das überlebe. Ohne Radarweil. Ohne Radarweil. Ohne Radarweil. Versuche ich mir das mal herzustellen. Ohne Radarweil. 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 Also hat er was gekauft. Und warum sollte man dann aufhören? Also, ich hab dem Jungen viel Jet verkauft und erwarte, dass jemand sein Zahlungsversprechen einlöst. Mir scheint, als hätten sie das Jet nicht kaufen und du es ihnen nicht verkaufen sollen. Ja, klar. Hinterher ist man immer klüger. Also, hilfst du uns jetzt oder nicht? Ich rede mit ihr. Vielleicht können wir das klären. Sehr gut. Wenn was schiefläuft, sind wir hinter dir. Bege, wo bist du? Wenn du ihm eine Kugel zwischen die Augen jagst. Okay, Trudy. Ich räume ihn aus dem Weg. Danke. Ich gebe dir von hier aus Unterstützung. Schnapp ihn dir. Du hast dich an den Falschen angelegt. Ich kann nicht drehen. Mann! Ich brauche Hilfe! Haltet sie mir vom Hals! Ne, Falsche Hörfe. Fünf. So ein bisschen staubt doch das Öl entwandelt wie die Kugel. Iiiiih! Wo sind die jetzt die Leichen? Da. Äh, nuckisch. Wo ist der andere? Das war eine Weib. Ah, so. Kannst kaum erwarten, bis die Krähen den Mistgerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Dann muss man sehen, was du so hast. Alles Bergungswut. Aber kein Schrott. Hast du... Hast du, hast du, hast du. Das ist auch so teuer, aber hier. Können die dir was verkaufen. Tröten. Amen. Das ist was wir jetzt noch angucken, dass wir jetzt noch aufgesammelt haben. Und hier hätte ich generell weh. Ich habe nirgends mehr. Allerdings kann ich jetzt eng...glich... Puh. Und anderes... Waffen. Was ist das Scheißteil? Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Na, ich verkauf dir noch irgendwas. Dann lass mal sehen, was du so hast. Von allem etwas. Was ist das? Was ist das? Das ist doch schon um einiges besser jetzt. Weiter geht's. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Anniper. War. Staun. Was ist das? Ja. So, das... Das sieht jetzt ein bisschen nach dem aus, wo ich hin muss. Lexington. Da geht es oder? Äh! Das ist ein Schaufesser. Wo geht die Resistenz? Äh, das ist nicht richtig. Ja, das ist nicht richtig. Habe ich wieder keine Wumpen mehr? Wut? Ja genau. Oh, ich derbe krieg ne Rungschafter oder was. Okay, das war jetzt nicht so erfolgreich. Ähm. 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 Jetzt kommt der Pols wieder raus das macht ja gar keinen sinn aber wie kommen wir aus der polis raus das macht ja noch eine bohrbeer aber wie geil ich war schon da Also wenn ich dann da bin, dann mal kurz speichern, dann würde ich auch beilaufen Was sind wir? Einfach alles um hier zu filmen. Ich weiß nicht, dass ich es auf jeden Fall war. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 We have to drive 4 Untertitelung. BR 2018 So, wie wirft man Hanker-Naten? So, wie wirft man Hanker-Naten? Wie wirft man Hanker-Naten? So, 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 wie wirft man Hanker-Naten? Das war's für heute. Was ist das denn so ernst? Dein Leben. Ist das so ernst? Willst du mir helfen? Fuck you, Alter. Nee, ich brauch deine Hilfe nicht, ja? Das mach ich gleich. Das mach ich. 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 Das mach ich scheiße gerade. Sicherung. Und der Typ mit Sicherung. Das mach ich. Das mach ich. Das mach ich. Das mach ich. Das ist echt, ich sehe hier bestimmt nicht Das war's hier schon wieder Das war's hier, das ist ja auch groß Der F5 Und raus Ah, sorry Warum werde ich denn jetzt schon wieder oben? Ah, wieder raus, alles klar Ui Junge Ah, jetzt wird das jetzt schon wieder Was ist das? Das ist ja nicht ganz funktioniert Das ist ja nicht ganz schön Das ist ja nicht ganz schön Ich bin jetzt Ich bin jetzt Hier, kann ich rein, oder? Dann mal rein Das ist ja nicht ganz schön Klar Ich sehe hier nur Schwarz Wo hätte der Sturmfahrzeug Muss ich nachladen? Ey Muss ich nachladen? Ich habe mal kurz die dabei Damit er zu viel hat, kann ich ihnen ja alles geben Nein, aber ich gucke jetzt mal kurz mal Einstellungen Steuerung Wie? Wirf ich Granaten Linke Alltaste Das probiere ich mal kurz sehen Ah Alles klar, gut zu wissen Gut zu wissen Gut zu wissen Gut zu wissen Du alter Flammenwerfer Du alter Flammenwerfer Du alter Flammenwerfer Ich hätte noch gelebt Wieso soll Die Bulle stehen ja immer am und zu gerne mal auf Also die Bulle stehen ja ab und zu gerne mal auf Es ist ja teilweise echt unangenehm, dass wir hier jetzt aufstehen, wenn man da vorbei läuft das schloss krieg ich nicht auf du kannst doch gar nichts hin wo überall Kasten ist überall Geld drinnen? hier nicht verarsch mich jetzt nicht hier was kregen was kregen oh joh Nein, ehrlich gesagt, ich habe wieder keine Muni. Ossers Was ist das denn? Ich brauche schon ein Wumpeln, alter Na klasse Level up, jawohl So Was bräuchte ich denn, was haben wir die beiden das hier? Wir haben ja mal Schatzsucher Intelligenz Alles klar Alles klar Boah, was? Okay Wie? Was ist das hier? Okay. Das ist schon ganz geil. 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 Das ist schon geil. wie lege zu einer blutigen wasser explodieren vorsichtig auch aber ich muss auch arzt machen es ist hier irgendwo noch mehr schade ich war das war so weiter geht's und 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 Wie schön. Jetzt zittert er noch vor sich hin, ne? Korthy, du bist aber nicht wirklich eine große Hilfe. Ich schaffe es immer wieder, mich zu treffen mit Kleiner. Ich habe Korthy, ich muss mal von der Waffe. Ich habe Korthy. Ja. Ja, ich hab so ne'n verbohrer Muni, Alter. Ja. 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 Jawohl. Ja. 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 Schau, seit 23.05. Oh, hm, na, na, wie? Ja klar. Sir, irgendetwas gutes gefunden. Ne. Leider nicht. Leert. Wenn der Vulvu, alter! Geil, gut, dass ich kostet, was ich getroffen habe. Gehindert, Alter. Das ist nur noch einer, oder? Wo ist der Mann? Tod. Tod. Ey, lass diese Scheiße, ich will euch immer so erschrecken müssen, Alter. Was ist denn los hier immer? Ah, wo geht es denn überall lang? Hm? Hm? Ja, das ist doch so gut. Das ist zu weit hier. Eiger ist aber. Okay. Ah, wo? Oh, die macht er schon. Wie gehe ich denn aus der scheiß Power-Restung wieder raus? Ja, das ist echt, meine Gehegasse. Oh, was ich wieder raus? Keine Ahnung, wie ich das brauche, was ich da rausgehe Ah, Moment, ich kann, glaube ich, nur an bestimmten Orten da rausgehen Dann was ich, was ich mache, dann freute ich mal kurz in meiner Stadt zurück Du kannst dich dort nicht, ja, er muss jetzt mal raus hier, okay, alles klar Lass mal ihn hier raus hier Das ist ein F5 Guck Guck Untertitelung. BR 2018 Ah Das Erste Das Heuze eignet sich bestimmt als Schlafplatz Wasser Wir müssen bestimmt was bauen Ich sage das Ich sage das Ich sage das Ich sage das Vielen Dank. 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 What's this? Vielen Dank. Ich muss auf jeden Fall lokale Anführer 2 machen. Ich muss auf jeden Fall. 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 Okay. Okay. Ich muss auf jeden Fall. 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 Ja? Dann ist das. Ich bin nicht die einzige Person, die jemanden verloren hat. Ich vermisse ihn nur so sehr. Ich hoffe du findest deinen Sohn. Ja ich auch. Ich habe noch deinen Spelen. Das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist echt so jetzt? Alter, f*** dich doch, ey. Manche Tage sind hart, aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. So, jetzt kann ich dir mal ein bisschen bessere Sachen anziehen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ich versuch mich nützlich zu machen. Ich bin... Niemand will einen erwachsenen Mann im Selbstbildleiter tinken sehen. Ja. 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 Ich bin dran. Sauberes Wasser? Kommt sofort. Super. Vielen Dank. Ja. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2022 Mehr Guide nicht, keine Ahnung, nur Sachen Boah, der Top rein, also könnte das komplette was er eigentlich aufheißen Jetzt geht das wieder Hey, wie viel Wasser brauche ich da noch? Ah Nein, natürlich nicht Wollte ja nicht laufen. Ich weiß nicht genau was du meinst. Kartoffeln, Mutterbeeren, Mais, was auch immer hier wächst. Das ist eine Frage, wo kann ich sowas bauen? Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Ich hätte mehr tun sollen, hoffentlich bezahlen die Raider für ihre Taten. Ich wollte es nicht alles ausprobieren. Untertitelung. BR 2018 Bitte, ich. Ich muss jetzt allein sein. Jetzt kriegen wir das Leuchtteln jetzt. Ich muss jetzt allein sein. Ich muss jetzt allein sein. Ich muss jetzt allein sein. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Such dir einfach eine gute Stelle und pflanz, was auch immer du hast. Frische Nahrung wäre echt eine schöne Abwechslung für uns. Ich muss jetzt nicht mehr, was auch immer du hast. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Meine Energie? Was meinst du damit? Ich dachte, das hätte ich dir schon gesagt, Kind. Ich habe dich aus diesem Kühlschrank steigen sehen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Das hier ist nicht deine Welt. Aber du musst in ihr leben. Das dritte Auge kann dir helfen, Kind. Es kennt immer die Antwort. Du musst mir nur etwas Jet bringen, damit ich sehen kann, was es dir sagen will. Hier. Hier. Hab schon welches. Gönnst dir ab und zu wohl selbst mal einen Kick, was? Das wird reichen. Und jetzt führt mich mein Rausch dorthin, wo das dritte Auge mich braucht. In Diamond City gibt es Antworten, aber sie sind gut versteckt. Du fragst die Leute, was sie wissen, aber ihre Herzen sind in Ketten von Angst und Argwohn gelegt. Aber du findest es. Du findest das Herz, das dich zu deinem Jungen führen wird. Oh, es ist, es ist hell. So hell in den finsteren Gassen, in denen es wandelt. Das, das ist es, was du tun musst, Kind. Folge den Zeichen zum hellen Herz. Puh, wow. Das war anstrengender als sonst. Ich muss mich jetzt ausruhen, Kind. Ich werde mich jetzt auswählen, wie ich wirklich auswählen. Ich werde mich jetzt aufwählen. Ich werde mich jetzt nicht aufwählen. Ich werde mich jetzt aufwählen. Denkt daran, jemandem die Pflege der Pflanzen zu übertragen. Jemand muss sich um sie kümmern, wenn wir was ernten wollen. Was? Ja. Vielen Dank. Das ist nicht schon ein paar Server. Der Führer ist los für Sie. Alles klar. Sphärische Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Taschen passen sich allein, passen Sie! Ah ja, das ist gut! Das ist auf jeden Fall das nächste Skill, das wo ich mir tragen kann. Was ist eigentlich das perfekte Ziel gerade? Ich will sie die Räder und Korbwäger fertig und sein Labe. Zusammen versorgen zu werden. Ich hab doch schon alle gequillt hier. Ich hab doch schon alle gequillt hier. Ich hab doch schon alle gequillt hier. Ich bin schon wieder. Ich muss jetzt eine Pause machen, Kaffee holen. Ich bin schon alle gequillt hier. Ich bin schon alle gequillt. Ich bin schon alle gequillt hier. Ich bin schon alle gequillt hier. Ich bin schon alle gequillt. Ich bin schon alle gequillt hier. Ich bin schon alle gequillt hier. Ich bin schon alle gequillt hier. ja das braucht ja bestimmt das ist genau so was ist das Gotti, warum kannst du eigentlich nichts mehr tragen? All das wegen dir. All das wegen dir. Ich habe gar keine Ahnung, wo ich noch hin muss. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich noch hinbekommen habe. Doch drüben! Doch drüben! Ich stehe hier in der Tatort. Los! Eins! Ich stehe hier noch nicht mal! Ich lasse nie eine Aufgabe unverdächtigt. In der Kraft finden ich dich! Ich habe nie eine Kreis! Ich habe sie verzogen! Ha? So! Ich werde mal gesagt! Nein! Noch einer! He! Kann ich zu dir sein? Was für das? Geht auf hin! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und los Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 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 ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow Das adorativer Sturm Das adorativer Sturm Ähm... Fuck Sie haben geschickte Hände, Sir Ich sollte das wissen Ha 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 Ich sollte das wissen, wie es das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020